Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittwoch, der 6. September 2017. Geek Talk Daily, die 197. Ja, besten Dank Jan gestern fürs spontane Einsteigen. Ich habe einen kleinen, wie er gesagt hat, Rückschritt gemacht, sprich bin nochmal ins Spital gelandet. Und ja, wieder zurück. Mal schauen, wie lange es jetzt hält. Ich gebe auf jeden Fall alles. Die heutigen Themen, die ich mitgebracht habe, sind Google Chrome Notifications, WhatsApp für Windows Phone, Apple Music Festival, Miracle Merchant, Tinder, Plex und Kodi und Pixelmator Pro. Dann beginnen wir doch gleich mal ganz vorne. Google Chrome. Die Notifications, die da so eintrudeln, kann man schon länger bei macOS und unter Linux in das hauseigene Notification Center einreinlassen. Das geht in Zukunft bald auch in Windows, Windows 10 besser gesagt. Ein Feature, das sicherlich nicht unpraktisch ist, sofern man natürlich den Google eigenen Browser nutzt. Die zweite Neuigkeit geht auch in Richtung Windows. Da gab es ja die Meldung, dass WhatsApp für Windows Phone eingestellt wird. Ganz so ist es wieder mal nicht. Die Headline hat sich ein bisschen überworfen und wahrscheinlich dann abgeschrieben, überschrieben etc. Windows Phone, also WhatsApp für Windows Phone wird eingestellt, aber nur für die Version 8.0. Also alle Nutzer von Windows Phone 8.1 sowie Windows 10 Mobile, die dürfen aufatmen, die können auch weiterhin noch WhatsApp nutzen. Auch eingestellt wird auf Apples Seite nicht softwareseitig, nichts hardwareseitiges, sondern ein Musikfestival. Das berühmt-berüchtigte, kostenlose, jeweils jährlich stattfindende Apple Music Festival in London wird nach 10 Jahren nicht mehr weitergeführt. Der genaue Grund, weshalb das so ist, weiss man nicht. Schade, denn war ja jedes Mal ein riesen Run auf die Karten. Schade, schade. 10 Jahre. Wer sich das Ganze noch anschauen möchte oder anhören möchte, die meiste Musik dazu gibt es natürlich bei Apple selber. in den jeweiligen Store, iTunes Store zum Beispiel, logischerweise. Dann gehen wir über zu Miracle Merchant. Das ist ein Spiel, was wieder mal bewiesen hat, dass man richtig Geld im App Store machen kann, wenn man zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Idee und der richtigen Umsetzung da bereit ist. Ein deutsches Kartenspiel, das im ersten Monat über 44.000 Euro eingebracht hat. Und das ist nur der Teil, den der Entwickler bekommen hat, nicht den Anteil. Apple ist da nicht mit drin. Toll. Und ja, liebe Entwickler, macht weiter und verwirklicht euren Traum der App, die ihr in den Store stellt. Dann gehen wir über zu Tinder und bleiben gleich im App Store. Da gibt es ja die Möglichkeiten von einem Chart, die man im App Store drin hat. Zum Beispiel die beste kostenlose App und die beste kostenpflichtige App. Und dann gibt es ja noch eine dritte Spalte, die beste App mit dem grössten Umsatz. Da war in letzter Zeit immer ein bisschen Netflix und Candy Crush vorne, also ein Spiel- und Streaming-Anbieter. Das Ganze ist anscheinend nicht mehr so, sprich überholt wurde das Ganze von Tinder. Tinder, der Dating-App, die eben nicht nur zum Daten da ist. Die haben anscheinend jetzt das Ganze überholt. Dazu beigetragen hat sicherlich der neue Dienst, den sie anbieten, oder so ein kleines Add-on. Besser gesagt, Tinder Gold kostet euch im Monat 14,99 in Dollar für iOS-Devices. Und eben das war dazu beigetragen, dass die ganze Geschichte jetzt da auf Platz 1 gekommen ist. Wer eben Tinder nicht nur als Dating-App nutzen möchte und oder wie man das Ganze nutzen kann, der Achim und meine Person haben dazu mal eine Sonderfolge im Geek Talk aufgezeichnet. Die Geek Talk 62.16 im letzten Jahr. Wer denn nicht mitschreiben kann oder wollte, in den daily.geektalk.ca Shownotes findet ihr in der aktuellen Folge 197 den direkten Link zu der jeweiligen Folge, oder zu der Folge besser gesagt. Dann, die grosse Frage. Installiere ich mir jetzt Plex oder Cudi? Bei mir hat sich das ja ein bisschen erübrigt, weil zumindest im Familienbereich habe ich das davon abgesehen. Im Büro habe ich natürlich das Ganze noch im Einsatz. Mittlerweile kann man das Ganze ein bisschen umgehen. Sprich, man braucht eigentlich nur noch Cudi, denn es gibt mittlerweile ein Add-on, mit dem man Plex in Cudi integrieren kann. Somit hat man beides von der besten Seite. Und vor allem kann man das Ganze dann auch kostenlos nutzen, denn es ist nicht mehr dieser Plex, ach mein Gott, kaum gekündigt, den Namen schon vergessen. Plex Pass, Plex irgendwas Pass, auf den man verzichten kann. Tolles Add-on. Wer also Cudi nutzt, sollte sich das mal installieren und anschauen. Dann gab es gerade heute Abend eine Ankündigung von Pixelmator. Ist ja die, äh, eine, oder die, äh, die, äh, nee, doch, ich würde sagen, die, doch, nee, ja, die Alternative neben, ach, wie heisst die andere, Affi, ich weiss den Namen nicht mehr, ich werde es noch nachgreifen. Affinity Photo sind die beiden Alternativen auf Mac OS, ähm, gut, zweites gibt es auch für Windows, für Adobe Photoshop und Pixelmator, die bringen in diesem Herbst noch eine neue App auf den Markt, die nennt sich dann Pixelmator Pro. Da ist die Hoffnung gross, dass das Ganze ein einmaliger Shoot bleibt, sprich, wie es schon jetzt ist, einmalig bezahlen und nutzen und nicht auch in einem Abo-Modell endet. Was die App alles kann, das könnt ihr euch in den Shownotes verlinkt anschauen, dazu gibt es einen kleinen Film und eine Übersichtsseite, ja, eine mächtige Software, wie das ausschaut. In diesem Sinne, das waren die Themen, die ich heute für euch bereit habe. Ich hoffe, ich bin auch morgen wieder da für euch. Ansonsten, ja, euch einen erfolgreichen Tag und bis morgen wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.